Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und heute spielen wir GTA- Wir machen heute ein Deathmatch gegen Tobias und ich würde sagen, es geht los. Nein! Scheiße! Komm, ich will Tobias töten. Ich sehe ihn auf der Karte. Ich weiß ganz genau, wo er ist. Er ist in der Nähe von mir. Ich weiß nicht, ob es so gut war, dass du mir gesagt hast, dass du ein Sniper haust, weil jetzt weiß ich, dass du ein Sniper haust und Augenberg bist. Aber du weißt ja nicht, welcher wäre. Aber ich kann sehen, wo du bist. Auf der Karte. Ja. Wo bist denn du jetzt? Ja, du bist nicht am Top, glaube ich. Nein, warum kannst du dich hier hinten? Oh Gott! Was?! Ich wusste nicht, wo du bist. Ich dachte, du wärst hinter der Wand einfach nur und bist du da hinten. Nein, ich habe da eine Sprengvinie hingesetzt. Ach so, das habe ich nicht gesehen. Wuuu! Wuuu! Okay, es ist aber vielleicht auch ein bisschen unfair, weil ich habe eine Waffe, die richtig schnell, also ich finde, dass sie echt schnell schießt. Da unten bist du da, oder nicht? Okay, ich nehme mal eine andere Waffe. Oh oh, ich komme den Berg nicht hoch. Oh mein Gott, ich bin fast tot, Digga. Wir haben auch eine Zeit, die das läuft, ne? Ja? Ja. Oh, die ist jetzt rum? Oh, nee. So, ich sehe dich auf der Karte. Oh, wiiiih! Oh, moin, Digga! Aufstehen! Aufstehen, Digga! Aufstehen! Ich habe dich da oben gesehen. Ist ja da oben dein Name und dich. Was ist das denn für eine Waffe? Was ist das denn? Die schießt, glaube ich, Granaten oder so, ihr Moin. Oha, Digga! Ich wusste nicht, dass ich die habe. Perfekt, Digga! Aber was ist das für eine Waffe? Oh Gott! Okay, warte mal, das ist unfair, weil du bist ein... Nein, ich meine für dich unfair. Ja, Moin! Digga! Ja, Moin! Ja! Oh, oh. Wie wollen wir eine Rolle machen eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Ach so, ah, okay. Ja, scheiße, ich komme hier den Berg nicht hoch, so eine Dumme, Schatz. Ich dachte, du wärst in dem Garten da drin. Oh, bist du auch? Ja, ja, ja! Oh mein Gott! Ja, die Granate hat mich gerettet, Digga! Du hast es geschafft? Ja, ich habe es überlebt. Du hast es geschafft? Ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Nein! Oh! Komm, komm, komm. Nein, ich habe keine Waffe ausgewählt, bruh. Nein, wir... 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 ...Digger! Scheiße! Bruder! Oh, ey, erwischt ich dir keine Granate? Was ist das für eine Kacke, ey? Jetzt aber... Ich sehe nichts. Ich sehe Busch. Und du bist du. Was? Ich habe dir so viel reingedrückt. Das ist doch nicht normal. In den letzten drei Sekunden, Digga. Wichtig. Jetzt gibt es... Jetzt gibt es Stress. Runde drei. Let's go. Sorry. Ich würde das gerne... Ich würde das gerne so machen. Was? Was? Ich... Ich hätte dich von Anfang an. Du stirbst. Und... Was ist der? Ja! Boah, genau! Es ist Stress mit der Granate, Digga. Geil! Ich muss mal in die Innenansicht gehen. Vielleicht ist das einfach. Oh mein Gott, wo ist die Fläte hin? Bro. Was? Ich habe mich selber getötet. Was? Hä? Mann, oh, Digga. Warum? Digga! Ich sehe dich nie. Digga, scheiße! Ah, nein! Ja! Geil! Das gleiche wollte ich bei dir auch mal an. Ja, moin. Ich habe dich erschlagen, weil ich einfach nah genug war. Ich weiß nicht, wieso. Ich wollte dich erschlagen. Irgendwann. Also, scheiße. Umballern jetzt! Umballern! Alter, du... Du wehrst das ab, Digga. Was für ein Schlawiner. Echt? Wehr ich das ab? Ja, ich glaube, einer hast du abgewährt. Warum kann ich dich nicht fokussieren mit der Scheiße? Was ist das denn für eine Kacke? Bin ich so gut? Den Sniper... Komm, töte ihn! Ja! Ich habe dich mit der Sniper getötet und ich habe noch kaum Leben, Alter. Geil! Oh Mann, ich habe eine Pampel in der Hand gehabt. Richtig. Weil ich dachte, du wärst genau vor meiner Fresse. Hey, Digga! Hey! Oh, Bruder. Oh ja, Bruder. Ey. Scheiße. Tötet. Alter, ich wurde von einem Passant getötet. Kann ich nicht schon sehen. Alter, da habe ich Bock, Brotter. Ja, jetzt kommt es. Ah ja, Digga, das ist ein anderer Typ noch gewesen. Ab, oder? Ja. Ich schieße den anderen Typen so ab. Der mit seinem Feuerding an. Wir gehen da erstmal woanders hingehen. Warum werde ich gerade von irgendwem... Ach, das warst du, lol. Ich dachte, das wäre Polizei oder so, aber ich habe ja keine Sterne. Ich kriege ja keine Sterne bei so einem Deathmatch. Warte, beim Fahren dürfen wir auch Deathmatch machen, oder was? Ja, klar. Ich komme doch nicht an dich dran. Ja, easy. Jetzt gibt es Stress. Jetzt gibt es Stress. Nein, warum schießt dieser Huuu, Wuhu, Wuhu, mir platte Reifen. Two seconds later. Dann benutzt doch dein Auto, das viel schneller oder nicht. Was? Dieser Patsu-Zah, Alter, der geht mir voll auf die Nüsse. Sollen wir wieder Ego-Perspektive machen, oder? Nee, egal. Ich bin tot. Mir auch. Alter, dieser, ist das ein Hacker, oder was? Ja, komm, lass mal anders hinfahren. Okay. Warum habe ich dich jetzt rausgeschnitzen? Scheiße. Oh nein, jetzt können wir nicht miteinander fahren. Wie kann man sich nochmal bücken? Wie kann man nochmal in Deckung? Ah, cool. Warte, du bist auch in Deckung. Ja, moin, die haben wir einfach alle gar nichts gebaut. Raketen wäre verregelt. Ich habe einfach die Laternen runtergeschossen. Komm, komm. Noch das jetzt. Nein, scheiße. Boah, die ist doch geil, glaube ich. Baby, scheiße. Habe ich dich erricht? Nee, ich bin an der Seite gesprungen. Ja, ha 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 Ey, Mann. Komm, komm. Andere Waffe. Wo bist denn du? Guck doch auf die Karte. Komm, komm, komm. Ja! Ja, ich hab gewonnen, Digga! Let's go. Jetzt wirst du nochmal auf Obst genommen. Aua, ich werd von Auto vor Obst genommen. Oh, das war unfair jetzt, dass der Typ mich angefahren hat, ey. Findest du blöd, dass ich jetzt darüber lache, dass du vom Auto mitgenommen wurdest? Nein! Nein! Nee! Moin Tobias! Geil! Die ist böse. Nein! Instant Plattenreifen! Ich fahr dich um. Ich fahr dich um. Komm, mach ich tot. Ja! Ja! Nein! Warum? Das war ein Spaß. Hui! Monsterslang schwege schlagen. Ich weiß auch gar nicht warum. Kann ich nicht hitten. Jaaaa! Bruder! Nein! Nein! Ein bisschen später hättest du schießen müssen, dann hätte ich dich umgefahren. Ich schieße gar nichts. Nein! Oh mein Gott, nein! Nein! Steh auf, steh auf, steh auf! Jaaaa! 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 Was war's mit dem Video? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Schaut bei Tobias vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein! Und... Ciao! Hahaha! Ah, geil! Jaaaa!